Hallo, ich begrüße dich bei Learning Level Up. In diesem Lernvideo beschäftigen wir uns mit dem VSPR-Modell. Die räumliche Gestalt eines Moleküls wird durch das VSPR-Modell auf die abstoßenden Kräfte zwischen den Elektronenpaaren in der Valenzschale zurückgeführt. So wird also die räumliche Gestalt eines Moleküls durch die Elektronenpaare um das Zentralatom bestimmt. Die Anordnung der Elektronenpaare wird durch die folgenden Regeln festgelegt. Die Elektronenpaare der Valenzschale des Zentralatoms nehmen den größtmöglichen Abstand zueinander ein, da sie sich gegenseitig abstoßen. Freie Elektronenpaare in einem Molekül benötigen mehr Raum als bindende Elektronenpaare, da die freien Elektronenpaare nur von einem Kern angezogen werden. Mehrfachbindungen benötigen mehr Raum als Einfachbindungen und verringern die Bindungswinkel der Einfachbindungen. Elektronegative Substituenten ziehen bindende Elektronenpaare stärker an sich heran und vermindern damit deren Raumbedarf. Zur Anwendung des VSEPR-Modells benötigt man folgende Informationen. 1. Welche Atome sind im Molekül vorhanden? 2. Wie viele Valenzelektronen haben diese Atome? 3. Zwischen welchen Atomen verlaufen Bindungen? 4. Welche Atome haben freie Elektronenpaare? Die Molekültypen werden wie folgt dargestellt. Der Buchstabe A steht für das Zentralatom. So ist das Zentralatom A das Atom, dessen Geometrie man herausfinden möchte. Der Buchstabe B steht für die Liganden. Die Liganden sind die Atome, die mit dem Zentralatom eine Komplexverbindung eingehen. Der Index X steht für die Anzahl der Elektronenpaare am Zentralatom. Der Buchstabe E steht für die Anzahl an freien Elektronenpaaren. Nun wollen wir uns mit der Bestimmung der Molekülgestalt durch die Elektronenpaare um das Zentralatom beschäftigen. Wenn zwei Elektronenpaare einander gegenüberstehen, ist das Molekül linear gebaut. Wenn drei Elektronenpaare in die Ecken eines gleichseitigen Dreiecks zeigen, ist das Molekül trigonalplanar gebaut. Wenn vier Elektronenpaare in die Ecken eines Tetraeders zeigen, ist das Molekül tetraedrisch gebaut. Wenn sechs Elektronenpaare in die Ecken eines Oktraeders zeigen, ist das Molekül oktraedrisch gebaut. Das VSEPR-Modell lässt sich auf Moleküle anwenden, bei denen die an das Zentralatom gebundenen Atome oder Atomgruppen nicht so groß werden und somit keine spezifischen Wechselwirkungen aufeinander ausüben. Die Molekülgrundtypen ABX können durch Abzählen der Liganden vorhergesagt werden, da keine freien Elektronenpaare am Zentralatom vorhanden sind. Sind freie Elektronenpaare vorhanden, werden diese wie Bindungspartner behandelt und man kommt so zur Pseudostruktur des jeweiligen Moleküls. Schauen wir uns nun ein Beispiel an. Das zentrale Stickstoffatom hat vier Elektronenpaare. Sie befinden sich an den Ecken eines Tetraeders. Nur drei Elektronenpaare gehören zu Bindungen. Die drei Wasserstoffatome besetzen also die drei Positionen an der Grundfläche des Tetraeders. Das vierte Elektronenpaar ist ein freies Elektronenpaar. Es drückt die drei Bindungen etwas zusammen. Somit sitzt das Stickstoffatom an der Spitze einer sehr flachen Pyramide und die Wasserstoffatome an der Basis. Das Wichtigste noch einmal kurz zusammengefasst. Das VSEPR Modell führt die räumliche Gestalt eines Moleküls auf die abstoßenden Kräfte zwischen den Elektronenpaaren in der Valenzschale zurück. Mit Hilfe dieses Modells kann man Aussagen über die Struktur und die Form eines Moleküls treffen. Wenn du Fragen hast, dann schreib uns. Und wenn du weitere Informationen benötigst, auch zu anderen Themen, dann schau doch in unsere Chemie-Playlist. Unsere Lernvideos kannst du unter dem folgenden Link abrufen. Ebenfalls steht dir im Google Play Store unsere Learning Level Up App zum kostenlosen Download zur Verfügung. Dieses Lernvideo ist auch als Animation auf unserem System erhältlich. Eine Lizenz ist dafür erforderlich. Der Vorteil ist, du kannst den Lerninhalt an deine individuellen Wünsche anpassen. Also bis gleich bei Learning Level Up.